Oh, die komische... Oh, nein! Uncool, 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 ich bin am, am, am vergiften hier. Wo sind denn die ganzen Tiere hier hin? Ich seh keine Tiere mehr. Es gibt da gar nicht. Wahrscheinlich alle umgebracht wurden. Boah, Sepp, ohne Spaß, du musst jetzt zwar richtig satt, jetzt bin ich gleich down. Tötet dich das Gift eigentlich auf hart? Also ich fühle, jetzt bist du in dieser komischen Kirche gelaufen und jetzt nicht. Naja, das tötet dich nicht. Er hat aber auch Probleme, Tiere zu finden. In der Kirche hab ich nichts mehr umgebracht. Da hatte ich eigentlich genug damals. Peter ist schon wieder Tag. Weiß ich nicht, ich bin in irgendeiner Tage. Aber ich hab bei mir ein paar, also kannst du nachher dir auf jeden Fall welche abholen können. Ich will keine ruhige Scheren. Kann jemand sagen, auf zufällig Tag ist? Ist Tag. Schafe hab ich leider noch nicht. Ja, ist schon länger Tag. Vor allem hat Christian doch gerade schon gesagt, ey. He, he, hat Christian ja gerade schon gesagt, ey. Machst du mal zuhören, bobo, ey. Ja, deine Mutter. Mutter hat mir mal zu, ey. Die kann voll gut zuhören. Ja, wenn du dich an ihren Titten ausweinst. Ja, ich mach mal. Keiner liebt mich. Außer Mama. Wiese. Ich bin gleich voll. Oh, was mach ich denn dann? Ähm. Toll, man hat das vorerst nüchtern. Was soll ich denn mit Hunden? Guck mal, da ist mein Freund der Creeper. Alter, wie echt so ein kleiner Mini-Farmer ist voll gut. So, jetzt muss ich weiter Erde abbauen hier. Oh, da liegt ein Knechtsken. Oh, Knechtsken. Oh, Knechtsken. Oh, Knechtsken. Das habe ich auch gerade gefunden. Wo gibt's überall Schafe in den Film? Oh, das hat mich denn viel getroffen. Ja. Da ist glaube ich sogar wo Schafe noch sind, ey. In der Nähe von unserer Hütte ist ein Hügel. Da habe ich nur zwei Schafe mitgenommen. Da waren vielleicht noch mehr. Ja. Finde ich nicht gut, Peter. Die armen Schafe. Sollte ich die mitnehmen, sagst du? Gut, Spaß. Schafe, Hühner, Kühe. Ich sehe hier im Weit und Breit gar nichts davon. Scheiße, Tiere. Oh, oh. Sepp, was genau machst du da unten jetzt eigentlich? Warum bist du eigentlich am Level? Also ich fahr' mir gerade XP. Ja, warum? Willst du nicht mal irgendwie ein paar Rohstoffe farmen oder so? Weil ich nehme ja auf, sonst... Ja, ja. Farmen du doch alles. Ähm... Was brauchen wir denn noch? Eisen! Also ich habe 20 Eisen schon mal. Oder nimm dir eine Schippe und baue Sand ab für, 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 keine Ahnung, Smooth Sandstone oder sowas. Ja, genau. Pack mal mit an, ja! Das sieht so geil an. Ja, ich glaube ich kann mal Sand farmen. Genau. Nimm dir mal ein Schippchen und ein Förmchen und dann setze dich mal in den Sand. Und... Und folgen, der ganze Welt ist voller Hunde. Hier sind bestimmt 40 Hunde oder so. Christian, du musst irgendwann mal vorbeikommen und hier mit mir den XP-Farmer bringen. Da ist ne Kuh mit mir am Arsch. Aber ich habe keinen Walzen. Das ist natürlich dummlaufen. Ich will kein XP fahren. Was soll ich damit? Ich... Enchanter ist noch meilenweit weg. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das hier mittlerweile aussieht. Wenn du dann drauf gehst, sind die Level alle weg. Dann kannst du wieder von neuem anfangen. Ne, irgendwann meine ich. Nicht jetzt. So, naja. Weil wir jetzt zwei Spawner haben. So, äh... Nice. Wie mache ich das denn jetzt hier? Okay, okay. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück, ey? Ramm, ich bin gerade bei deiner Werkzeugkiste und deinem Ofen. Ja, ich habe da irgendwo mal eingeplant, weil ich keine Schaufeln mehr hatte. Und hier ist die Kiste in den Gleisen, wo du wahrscheinlich den geilen Scheiß gefunden hast. Aber ich habe schon mehrere von solchen Kisten gefunden. Okay. Also... Ich habe auch schon mehrere von diesen Stationen gebaut, die du gerade genannt hattest. Ah, okay. So, dann machen wir am besten mal... Ich hätte ich sagen, mal hier so. Ja, dann viel Glück beim nach Hause kommen, ey. Ah, ich werde jetzt davon sagen, dass ich jetzt voll bin. Ah, die hast du noch die ganzen Schuppen? Ich glaube zwar die ganze Zeit durch diese Mini-Schächte und so weiter. Ich habe noch Schüppchen, ja. Ach, scheiße. Jetzt wollte ich noch was ausprobieren. Gibt es aber auch keinen Diamanten. Aber ich habe schon anderthalb Stacks Eisen. Wir brauchen einfach Sand, ne? Das hilft ganz wenig Sand. Ich habe heute, ich gebe dir sofort Schüppchen. Ich muss noch eben kurz hier... Warte, hier ist die Schüppchen. Das ist schon mal ganz gut. Da hast du noch ein Schüppchen. Da hast du zwei Schüppchen. Na, wer rennt denn hier rum? Ich suche Tiere. Viel Spaß. Also bis auf die Kühe, die da oben auf dem Hügel stehen, habe ich keine gesehen. Nicht mal ein Huhn oder so. So. Tollen, scharfen, graues. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe schon wieder rausgefunden. Scheiß, die waren dann. Hä? Hast du Knochen? Ja. Möchtest du mal kommen? Nein. Dann kriegst du auch eine Melone für. Dann nicht. Mein Konsequenz. Dann nicht. Okay, ich werde ihn nie wieder nach Hause finden. Ich muss zurück zu meinem Haus. Wird dunkel. Wie, dann wird es schneller dunkel? Nein. Bis ich zu Hause bin, ist es dunkel. Weißt du denn jetzt, wo du hin musst? Ja. Können Hühner über ein anderthalb Meter Zaun fliegen? Ich glaube schon, oder? War das nicht so? Danke. Weiß ich nicht. Was? Nee, ich glaube die konnten nur... Oh! Was? Brauchen wir jetzt nicht verrecken. Tu es mir den Gefallen. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Was ist denn hier für eine Scheiße? Alles cool, alles cool. Bestatt nicht, bestatt nicht eine Sekunde die Gefahr, dass ich überrascht wurde. Weil er überrascht worden wäre. Nö. Okay, hat man gehört. Also sehen die Stufen denn so anders aus als... Oh, ohne Spaß, ey. Ich muss auf jeden Fall zurück. Was ist denn da? Ist das ein Spawner? Da unten sind mehrere Spawner von allem. So, äh... Mach ich natürlich jetzt weiter hier. Dumdi-dum-dangdi-dangdi-dangdi-dangdi-dangdi-dangdi. Das ist aber auch nur fair eigentlich. Ich bin grad gar nicht gierig. Nö, nö. Okay, dann ist ja gut. Also ich, ich nehm auch nur die safen Sachen mit. Also alles, was bisher zu sehen hat. Ich hab' mittlerweile zwei, äh, hier Blob-Spawner gefunden. Okay. Fürs Spawner hat hier, weil er gibt, ähm... Nö. Na, irgendwie haben wir schon richtig viele davon die Season, ey. Nach'm Rumrennen, äh, nach'm Rumrennen, hier hab' ich auch schon tausende Höhlen gesehen, die richtig tief in die Erde reingehen. So. Richtig tief rein. Und hier fängt quasi... Das Lüde ist keine Tiere. What the?! Alter, das hab' ich sogar... Ich hab' nur Sachen, die safe sind. Das hab' ich gerade sogar von draußen gehört. Entschuldigung. Alter, warte. Was war das safe? Nur, nur ein Creeper. Ich hab' nicht mal Damage gekriegt. Aber... Alter! Vater, wenn so ein Creeper von meinem Links-Divier-Auftruch sich in die Luft sprengt, dann geht dir schon mal in die Pumpe. Meinst du? Hallo, die können doch nix. Genau, Dennis, die können ja nix. Da kannst du einfach hingeben. Die sind ja stark genug, ne? Ja, wie auf Fahrt sind die echt nicht so gerade angenehm. Aber... Du hast immer noch volle Eisenrüstung, oder? Ja, hier unten leuchtet. Komm da, noch ein Skelett. Arm auch weg, die Sau. Oha, die Dutch ist viel. War das viel? Schon ansalte. Verloren! Essen! Weiter geht's. Ach guck mal hier, noch mehr. Wuhu! 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 das ist harter tobak tut mir ja sehr leid für euch jetzt jetzt gehe ich zurück und jetzt kriegt er auf schiss da mach ich leider nix da mach ich leider nix da mach ich leider nix da macht er leider nix 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 frage ist nur da war ich schon mal nicht hergekommen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eisenschwerter habe ich mir gerade gebaut alles gleicher beziehende waffenkammer ich kann krieg anfangen der folge wenn man zwar gleichzeitig benutzen könnte das war sogar damals bei gothic da gab es das erste mal glaube ich was mir so ein viel weil ich gespielt habe ja da 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 Vielen Dank.